Was war denn was? Was hab ich denn mitgenommen? Filzstiefel. Oder? Oder was war das? Ne, Pilzstiefel. Die kann er behalten. So. Wir nutzen nochmal den Hebel. Wir müssen da hoch. Ja. Wie Techniker euch zwar nicht so besser schauen, wie er so von alleine hochgehen kann, aber... Egal. Da ist aber der. Gehen einen da schon mal gut weg ins Rückenmark und... Der war durchs Herz, oder? Hab ich so gesehen. Ja, fast. Dietrich Gold. Schlüssel zur Glutschvitamine. Ah, ah. Gut. Nehmen wir hier mal rein. Gibt's so gut? Oh ja. Bebinderte Eisenrüstung. Geil. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Dietrich Gold. Nehmen wir erstmal mit. Eisen 2. Eisen Kriegshammer. Ne, 2 nehmen wir mit. Den Kriegshammer haben wir ja schon. Eisenreich. Zauberbuchhälse. Das nehmen wir auch. So. So. Äh, das bestimmt nicht. Hast du irgendwas vielleicht. Gut. Nehmen wir mal rein, was hier drin ist. Außer dem Eimer. Nix. Toll. Kann man die Fackeln nehmen? Geil. Die können die Fackeln mitnehmen. Die nehmen wir erstmal. Ne. Da. Geil. So ne Fackeln. Oh, scheiße. Hier geht's noch weiter. Ja. Ah, wir müssen jetzt mal abbauen. Ach ja. So. Und das war alles. Jetzt wollte ich erstmal gucken. Ist die Eisenrüstung eigentlich besser? Ja. Ja. Und das war alles. Die ist besser als die Wische. Als die, die wir haben. Diese. 27. 30. Genau. Die ist besser. Siehen wir die doch vor allem aus. Außerdem sehen wir dann nicht so kaiserlich aus. Cool. Oh ja. Da ist einer vielleicht seit dem Schleichen. Jetzt nehmen wir unseren Bogen. Schießen ihn. In den Rücken. Was war das? Oh. Was war daneben? Ah, daneben. Verdammt. Verdammt. Ja. Gott sei Dank. Geschafft. Puh. Sonst noch irgendwer? Nein. Gut. Ein arme Tyst. Nehmen wir mal mit. So. Hier haben wir noch einen Geldbeutel. Spenden nehmen wir immer gerne. Da hinten. Du bist gleich weggesnackt. Das habe ich gesagt. Da ist noch einer. In der er gleich stehen bleibt. Ah. Scheiße. Hier war daneben. Was steht dahinter? Verdammt. Da kommt er wieder. Ah, kommt er so. Jetzt springen wir einfach mal runter und überraschen die. Oh, ist keiner mehr. Schade. Aber Eisenerz nehmen wir doch gerne mit. Leichte Rüstung schmieden. Hm, Schmiedekunst. Und weiter geht's. Hier ist ein Schmiede. Schleifstein. Eisenbach. Nehmen wir mit. Eisenschwert. 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 Eisenschwein. Nehmen wir alles schon. Gehen wir hier weiter. Dürfte ja eigentlich keiner mehr da sein. Wir haben hier alle weggesnackt. Wir gehen zusammen da irgendwo. Da liegt der eine. Gold dabei wenigstens. Die andere. Oder auch hier. Bis hier. Bis hier runter. Komisch. Irgendwie. Naja. Egal. Gucken wir erstmal hier. Was ist hier so gut. Ein bisschen Wein. Brot. Wollschale. Kartoffeln. Jetzt hier weiter. Ja. Jetzt einmal hier. Oh. Cool. Ah. Ein Trudel. Geht wohl. Jetzt schießt man lieber auf. Ein bisschen vorsichtig. Da geht's nicht. Da geht's. Gut. Die ist offen. Schlossknacken. Geil. Pilzschild der Frostresistenz. Oh. Steigert die Frostresistenz um 15%. Das nehmen wir ja mal mit. Das Gold nehmen wir auch mit. Gut. Und weiter geht's. Wenn es da ja nicht weitergeht, muss ja logischerweise hier weitergehen. Da ist kein Reisen. Das sind Knochen. Was passiert, wenn ich dagegenlaufe? Ah, die rasseln. Ah, Warnsystem. Warnsystem. Ah, bringt ja nichts mehr. Der wäre alle tot. Und ab nach Himmelsrand. Und mir fällt gerade auf, wir sind eine Stufe aufgestiegen. Da steht zwar noch Stufe 1, aber wir haben den Balken ja voll. Also können wir in Stufe 2 aufsteigen. Das werden wir gleich mal tun. Aber vorher werden wir es speichern. So. Gespeichert haben wir. Neue Stufe. Wenn du eine Stufe aufsteigst, musst du dich entscheiden, ob du deine Gesundheit, Magika oder Ausdauer erhöhen möchtest. Außerdem kannst du ein neues Talent auswählen oder dies zu einem späteren Zeitpunkt. Verglückbare Talente werden in Sternenbildern hervorgewoben. Ah, okay. Das sind hier also die Sternenbilder. Da gehört das jeweils zu. Was möchte ich mal erhöhen? Magika, Gesundheit oder Ausdauer? Magika ist, denke ich mal, für die Zauberer. Wollten wir ja eh nicht machen. Aber ich dachte mal, Ausdauer haben wir eigentlich noch genug gehabt bisher immer. Also würde ich mal sagen, Gesundheit. Damit wir am Anfang ein bisschen erstmal nicht so oft sterben werden. Gesundheit verbessern. Okay. So, ein Talent zu verbessern. Mal gucken, was könnte man so machen. Schmiedekunst könnte man nehmen. 21 schon. Schwierere Rüstung. Locken. Zweihändig. Einhändig. Einhändig. Gut. Ich würde mal sagen, zweihändig könnte man nehmen. Ich weiß nicht, ob wir zweihändig nehmen sollten oder einhändig. Bin mir noch nicht so sicher. Entscheide ich mir noch. Schmiedekunst könnte man auch verwässern. Ach, das lassen wir einfach mal. Es läuft uns ja nicht weg. So. Jetzt geht's erstmal los. Da wird irgend so ein Symbol angezeigt. Das ist das Grab vielleicht. Okay. Mal aufpassen. Ist schon dunkel geworden. Hier ist wieder der Weg. Gut. Jetzt laufen wir noch ein bisschen hier lang. Sprinten. Und schon wieder. Was auch Lust, ey. Die Jugend von heute, ey. Keine Kondition, ey. Ah, da scheint Fluss. Flusswald entdeckt. Ja. Vielen Dank.